Ich zeige dir, wie sich mein Depot entwickelt hat. Einige Aktien haben sich sehr, sehr gut entwickelt, andere weniger gut. Und ich habe mir eine Aktie ins Depot geholt, die eigentlich überhaupt nicht zu meiner Strategie passt. Ich bin Max Fliege, Produktmanager im Blutschip für Software. Das ist keine Anlageberatung. Let's go, schauen wir ins Depot. Die größte Position in meinem Portfolio ist der Fidelity Global Quality Income. Auch ich rechne nicht damit, dass ich auf Dauer den Markt schlagen kann. Und deswegen möchte ich euch eigentlich signalisieren, dass ihr immer als Basis-Investment auf jeden Fall einen ETF nehmen solltet. Und ich habe mich hier für den Global Quality Income entschieden. Eingestiegen bei 16,7K und aktuell mit fast 7% im Plus und dazu noch 1,3% an Dividenden erhalten, sprich 226 Euro. Die nächstgrößte Position Apple. Hier geht es in letzter Zeit wieder etwas positiver zu. Da musste ich natürlich einiges mitmachen. Meine zweitgrößte Position und ihr müsst euch vorstellen, in dem Fidelity Global Quality Income ist Apple auch noch eines der größten Positionen. Ich habe hier Kursgewinne von 1.500 Euro gemacht, bin hier ca. 11% im Plus und bereits Dividenden von 80 Euro erhalten. Apple ist jetzt natürlich nicht der größte Dividendenzahler, aber das ist eine nette Kirsche auf der Torte. Ich habe hier einen internen Zinsfuß von 12% bei Apple. Das ist marktschlagend. Allerdings noch marktschlagend ist hier mein Investment im Fidelity Global Quality Income mit 20%. Das ist einfach dem unglaublichen Börsenboom der vergangenen Monate geschuldet. Wenn wir uns mal die Einstiegszeitpunkte bei der Apple-Aktie sehen, dann sieht man, wie ich hier permanent dazugefügt habe. Ich habe eingestiegen im Oktober 2020 und dann habe ich ab April 2023 noch mal peu a peu Aktien nachgekauft, weil die Apple-Aktie einfach niedriger bepreist war, als das sonst der Fall war. Und dann sieht man hier jetzt, wie die Wertentwicklung peu a peu nach oben geht. Das bedeutet, die Käufe haben sich alle bereits rentiert. Die nächste Aktie in meinem Portfolio ist die United Health. Hier bin ich bei ca. 3.500 eingestiegen, habe hier 80 Euro an Kursgewinnen gemacht. Bin hier mit ca. 2,5% im Plus und habe bereits 5 Euro an Dividenden erhalten. Ein interner Zinsfuß von 10%. Das ist für eine normale Zeit eigentlich ein sehr guter interner Zinsfuß. Aktuell ist das dennoch schlechter als der Markt, weil der Markt gerade einfach schneller wächst, weil alles total überhitzt ist. Also ich rechne auf jeden Fall hier mit einem Abfall der Konjunktur und dass der Markt das früher oder später auch registriert. Das bedeutet, falls ihr Cashpolster habt, empfiehlt sich es gerade wahrscheinlich auch etwas beiseite zu lassen, dass falls der Gesamtmarkt runterkommt, dass ihr dort an die Unternehmen günstig kommt, die ihr schon immer mal haben wollt. Die nächste Position ist Texas Roadhouse, eines meiner Lieblingsaktien. Hier bin ich mit ca. 3.000 Euro eingestiegen. Allerdings auch peu a peu. Ich habe hier angefangen Ende 2023 mit zwei Käufen. Dann ist die Aktie nach oben gegangen. Das war für mich so ein Proof of Concept, dass die Aktie auf jeden Fall Potenzial hat. Dann bin ich nochmal im Februar dazu gestoßen. Und Ende Mai dieses Jahres und am 2.06.2024 habe ich nochmal eine kleine Position nachgelegt. Witzige Geschichte. Ich war in den USA an der Westküste zwei Wochen im Urlaub, unter anderem in Las Vegas. Und ich wollte einmal in meinem Leben in Las Vegas zocken. Ich habe dann einen ganz kleinen Betrag reingeworfen. Drei Dollar, habe damit 70 Dollar gemacht. Allerdings lasst bitte die Finger von dem Scheiß. Auf Dauer kann man bei diesem Glücksspiel nur verlieren. Da ist Aktien ein deutlich rentableres Geschäft. Habe dann aber wie gesagt 70 Dollar gewonnen. Nochmal aufgestockt. Und mir für 200 Dollar Texas Roadhouse nachgekauft. Ich dachte, da habe ich dann länger was davon. Und jetzt ist eine dieser Texas Roadhouse Aktien ein Erinnerungsstück an meine USA Reise. Und wir schauen, wie es sich in zehn Jahren entwickelt. Ich springe zurück zum Portfolio. Bei Texas Roadhouse habe ich aktuell Dividenden kassiert von 12 Euro und einen internen Zinsfuß von 106%. Das ist phänomenal. Aber dennoch glaube ich nicht, dass der Run von Texas Roadhouse zu Ende ist. Ich war dort in einem Essen und es schmeckt phänomenal. Es war einfach geisteskrank. Wenn ihr mal eine Aktienanalyse von diesem Unternehmen haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Die nächste Aktie ist Walmart. Auch die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ich bin hier mit ca. 2470 Euro eingestiegen. Aktuell Kursgewinne von 1200 Euro gemacht und bereits 120 Euro ca. an Dividende erhalten. Ein interner Zinsfuß von 17% für so einen Retailer ist absolut sehr, sehr gut. Die halte ich definitiv im Portfolio. Bei Visa schwächelt aktuell die Aktie nach wie vor. 2100 Euro habe ich dort eingesetzt. Ich gehe dort auch noch weiter mit einem Sparplan rein. 50 Euro im Monat meine ich ca. Bin hier ca. 1,2% im Minus. Allerdings habe ich die Aktie auch noch nicht so lange. Ich bin hier eingestiegen am 6. März diesen Jahres und habe dann noch zweimal nachgekauft. Einmal Anfang April und einmal Anfang Mai. Das sind die Sparpläne, die da laufen. Die halte ich einfach weiter, weil es auf Dauer gesehen meiner Meinung nach ein echter Compounder ist. Die nächste Aktie ist die Norfolk Southern. Die entwickelt sich gerade nicht so gut. Allerdings erkenne ich eine Trendwende bei dieser Eisenbahnaktie. Ich bin hier einmal eingestiegen und habe sie dann laufen lassen und permanent Dividenden kassiert. Insgesamt habe ich hier Dividenden erhalten von ca. 70 Euro und bin hier kurstechnisch 8% im Plus. Ein interner Zinsfuß von 10%. Das ist jetzt kein Highgrower, aber die Aktie halte ich definitiv noch weiter, weil in den USA sehr viel Warentransport durch Eisenbahnunternehmen stattfindet. Die haben dort kaum Züge, die Personen transportieren. Das ist eigentlich recht spannend, obwohl es sich für ein Land wie die USA auf jeden Fall lohnen würde, weil dort unglaublich große Distanzen zurückgelegt werden müssen. Ich weiß auch nicht, wieso die ihre Eisenbahnen nicht ausbauen. Ja, die Diageo, mein Sorgenkind wie immer. Ich bin hier aktuell 17% im Minus. Dort bin ich eingestiegen im Juli 2023 und habe sie dann gehalten. Seit dem Zeitpunkt hat sie sich eigentlich nach unten entwickelt. Das war ein absoluter Fehlkauf. Ich hatte Kurshoffnung, dass es nach oben geht, aber seitdem geht sie eigentlich nach unten. Wir erkennen auch hier gerade eine Trendwende. Ich weiß nicht, ob hier jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist für einen Einstieg, aber ich halte sie weiter im Portfolio, weil ich sie schon sehr stark verprügelt finde. Und aktuell ist meiner Meinung nach der faire Wert der Aktie höher als der momentane Stand. Allerdings schwächeln diese Spirituosen-Aktien gerade überall. Auch bei LVMH macht sich das beispielsweise bei ihrem Champagneramt, die glauben, bemerkbar. Und da warten wir einfach wieder auf ein Aufleben der Konjunktur und um die Spirituosen. Lowes Company, ähnlich wie Home Depot, gerade wieder abgefallen. Ich bin hier nur 1% im Plus. Die habe ich zusammengekauft mit der Home Depot. Aktuell liegen sie fast beinahe bei derselben Bewertung. Ich bin bei der Home Depot sogar 2% im Minus. Die hat es ein bisschen härter getroffen als der Lowes. Einfach diese Baumarktketten wurden gerade abgestraft. Hier sehe ich definitiv gerade einen passenden Zeitpunkt für einen Einstieg. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das kann ich dir hier mal reinhauen. Der Caterpillar läuft sehr gut. Hier bin ich 50% im Plus. Caterpillar habe ich zusammen mit der Deer-Aktie gekauft. Allerdings ist Caterpillar wesentlich besser gelaufen. Ich habe hier 30 Euro an Dividenden erhalten und bereits 600 Euro an Kursgewinn mitgenommen. 50% im Plus. Das ist ein interner Zinsfuß von 52%. Das ist sehr, sehr gut im Vergleich zu der Deer & Co. Allerdings sehe ich auch bei Deer das Potenzial, dass sie noch wie die Caterpillar durch die Decke geht. Qualcomm läuft aktuell auch sehr, sehr gut. Man sieht, ich habe die gekauft im Juni 2023. Und dann habe ich einige Zeit lang Schwächephasen erlebt. Allerdings ist sie jetzt natürlich durch den KI-Boom durch die Decke gegangen. Mein Investment Case bei Qualcomm ist definitiv, dass diese KI-Anwendungen früh oder später auch auf mobilen Endgeräten umgesetzt werden müssen. Das bedeutet, dass schnelle KI-Berechnungen auf dem Chip, auf dem Smartphone oder Tablet stattfinden müssen. Und da profitiert natürlich Qualcomm von dieser Entwicklung, wenn sie sich in diese Richtung bewegen. Außerdem hat Qualcomm auch letztens ein Computerchip für Notebooks auf den Markt gebracht. Und dadurch machen sie den bisherigen Big Player für diese Chips für Notebooks auf dem Markt Konkurrenz. Und das gefällt natürlich den Aktionären. Auch Qualcomm zahlt eine Dividende natürlich jetzt nicht so sonderlich hoch. Aber hier habe ich auch schon 22 Euro an Dividende erhalten. Ich finde es völlig ungewöhnlich für so eine Chip-Aktie, dass sie Dividende zahlt. Aber das ist ein zusätzliches Schmankerl, das mir sehr gut gefällt. Auch die Shell hat sich relativ gut entwickelt. Gerade kommt sie wieder etwas nach unten. Ich bin 17% hier im Plus und habe schon 41 Euro an Dividenden kassiert. Das entspricht ca. 4% meines eingesetzten Investments von 960 Euro. Ja, auch die LVMH entwickelt sich gerade wieder schlechter. Da hatten wir ja kurz einen Boom, da ging es nach oben. Allerdings geht sie gerade wieder nach unten. Und ich glaube, dass sich jetzt so eine Art Turnaround-Position eingestellt hat. Das bedeutet, bei LVMH könnte man sich gerade auch überlegen, ob man einsteigt. Weil der Luxusmarkt geht immer, wie wir gesehen haben. Allerdings in China schwächelt das Geschäft und das gefällt den Aktionären nicht. Monster Beverage hat sich auch gut entwickelt. 34% im Plus. Allerdings war ich hier auch schon mal bei 50%. Die kommt gerade wieder runter. Bei Monster Beverage muss man sich eins vor Augen halten. Das vermehrt YouTuber, vor allem im deutschen Markt erkenne ich das, auch Energiegetränke auf den Markt bringen. Natürlich, sie haben immer noch einer der größten Marktanteile überhaupt. Aber das muss man sich immer vor Augen halten. Ob man denkt, dass diese Content-basierten Creator-Geschäftsmodelle wie die einer Monster Energy gefährlich werden können. Novo Nordisk ist eine meiner absoluten Lieblingsaktien. Ich bin hier nicht 700% im Plus. Das sind Anzeigefehler durch den Umschwenk auf Novo Nordisk B-Aktien. Aber ich bin aktuell 320% im Plus. Und aktuell eine Positionsgröße von 2.097 Euro. Ich habe hier 13 Euro Dividenden bekommen. Das ist natürlich absolut nicht der Rede wert. Aber die Aktie ging durch den Hype um die Abnehmenspritze Vegovi absolut durch die Decke. Was wir auch noch im Depot haben, ist Moody's. Hier steige ich gerade per Sparplan ein, weil ich nicht denke, dass sie aktuell besonders günstig bewertet ist. Aber ich will eine Moody's und eine S&P Global unbedingt in meinem Portfolio haben. In solche Aktien gehe ich dann einfach per Sparplan rein. Wenn ich nicht denke, okay, jetzt kann ich einsteigen und viel Geld da reinschmeißen, dann mache ich mir einen Sparplan auf 50 Euro. Das habe ich bei allen Aktien, die du hier unten siehst, gemacht. Moody's, S&P Global, Mastercard und Microsoft. Und schütte so immer wieder 50 Euro jeden Monat in diese Positionsgrößen. So habe ich mittlerweile schon 150 bei Moody's, 150 bei S&P Global und 150 bei Mastercard. Tatsächlich ging es bei Moody's dann gleich mal bergauf. 4% bin ich hier im Plus, bei S&P Global genauso, 2% im Plus. Das sind einfach Dauerläuferaktien. Und bei Mastercard ging es nach unten, genauso wie bei Visa schwächelt der Markt der Zahlungsanbieter gerade. Allerdings finde ich diese Bewertung ungerechtfertigt. Ich rechne hier weiter mit steigenden Gewinnen. Auch bei Microsoft bin ich schon 4% im Plus. Ja, Microsoft steigt gerade einfach immer. Jetzt kommen wir zu der Aktie, die ich mir neu ins Depot geholt habe. Und zwar handelt es sich hierbei um die Hims & Hers Health. Warum das für mich eigentlich ein komisches Investment ist, ist, Hims & Hers zahlt keine Dividende. Ich rechne aber damit, dass sie irgendwann in 5 oder 10 Jahren Dividende zahlen werden. Allerdings gefällt mir unglaublich gut, wie sich die Free Cash Flows entwickeln. Wir hatten hier ein Unternehmen, das eigentlich die ganze Zeit negative Free Cash Flows geschrieben hat. Sie haben unglaublich viel Geld für Marketing ausgegeben. Und genau das mussten sie tun. Ein Unternehmen mit einem so disruptiven Modell muss sich gegen beispielsweise ein Amazon behaupten. Auch ein Amazon konnte in den Markt für Hims & Hers eindringen. Deswegen müssen sie versuchen, so schnell wie möglich zu wachsen. Von mir aus würde ich es auch akzeptieren, dass sie weiterhin negative Free Cash Flows machen. Aber hier war so eine Trendwende erkennbar. Und jetzt schauen wir uns mal Q3 2023 und das Q1 2022 an. So sieht man, dass die Steigung recht stark ist. Das bedeutet, ich rechne in den kommenden Jahren definitiv damit, dass sie ihre Free Cash Flows weiter nach oben setzen können. Und so auch die Earnings per Share steigen werden. Wenn wir uns hier diese Steigung mal ansehen, so gewinnt das Unternehmen tatsächlich unglaublich an Fahrt. Jetzt gab es kürzlich erst Quartalszahlen, die recht positiv waren. Und das ist für mich ein riskantes Investment. Deswegen gehe ich hier auch nur per Sparplan rein. 50 Euro pro Monat. Und ich werde jetzt die Hims-Aktie auch nicht zu meiner großen Position machen. Aber ich möchte bei diesem Game mitspielen, weil ich glaube, dass sie, was sie machen, sehr, sehr gut umsetzen. Die verkaufen so kleine medizinische Produkte. Das ist quasi eine Online-Versand-Apotheke für Potenzmittel, für Mittel gegen Haarausfall. Jetzt haben sie auch eine Kooperation, sodass sie diese Abnehmenspritzen vertreiben. Was man merkt ist, dass wenn sie einmal einen Kunde haben, dass sie diesem Kunden immer mehr Geld abknüpfen können, indem sie beispielsweise monatlich ihm irgendwelche Produkte zusenden. So leistet der Kunde quasi monatlich Zahlungen, wie er das bei einem Abo-Modell von Adobe auch macht. Und das ist ein unglaublich lukratives Geschäftsmodell. Das heißt, Hims & Hurst ist meine Wette. Die kann aufgehen, muss es aber nicht. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Vielleicht ein paar noch spannende Reaktien habe ich dir in diesem Video zusammengestellt. Das darfst du nicht verpassen. Also einmal da draufklicken. Über dein Abo würde ich mich natürlich wie immer freuen. Das ist ein Zeichen deiner Wertschätzung, meiner Arbeit. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Max. Max.